Warte mal, dieses Telefombuch von Nürnberg-Kundfurt ist der Steinadeln mit dabei. Gelben Käse in den gelben Seiten. Und Sie finden aber keine Speditionen. Warum? Ja, das ist meine Frage. Ja, welche Spedition suchen Sie denn? Ja, die Spedition Burkhardt. Ja, aber warum Burkhardt? Ja, der Name kommt mir so bekannt vor. Woher? Ja, weil bei mir in der Nachbarschaft jemand auch Burkhardt heißt. Oh, ja, aber Burkhardt und Geschäftsführer sind zwei Paar Stiefel, ne? Ja, ich weiß. Wahnsinn. Was für ein Käse an einem so tollen Guten Morgen. Was für ein Käse? Vollhammer mit dem Leerdammer, oder? Vollhammer mit dem Leerdammer. Das ist der Käse. Ein gelber Käse von Müller Verlag, oder? Ist das Müller Verlag, dieses Buch? Ja, klar. Das ist das Müller Verlag. Na, ich kann doch nicht alles wissen. Du bist doch Mr. Ex-ID Deutsche Börse, nicht ich? Ja, aber es steht drauf. Wie, 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 da, Telefonbuch.de. Okay. Müller Verlag? Was ist denn da was für ein Müller Verlag? Ja, doch, doch. Auf der Gäden schreiben Sie den Müller Verlag. Achso, doch Müller Verlag, ne? Die Telefonbücher haben mich doch die letzten Jahre nicht interessiert. Warum nicht? Ja. Die hat man mitgenommen, damit man sie in den Speicher legen kann. Und mir fällt also auf, dass sie extrem dünn geworden sind. Ah, okay. Das Telefonbuch von Nürnberg und Spat, das war früher mal so 4,5 Zentimeter hoch. Aha, okay. In die 70er Jahre. Und jetzt, ja, macht das ganze Telefonbuch in 9 Millimeter. 9 Millimeter, ja, sagt mir was. 9 Millimeter sagt mir was. Ja, ja. Ja. Und die ganzen, und die ganzen, und das, obwohl, praktisch im normalen Telefonbuch noch Firmenhandel, ich auch noch mal was dazu gibt. Aha, aha, aha. Ach so, schau her, Allgemeinpraxis, ja, bin jetzt gerade zufälligerweise auch Allgemeinpraxis Herr Habels, Bretting Thomas, in der Vaterstraße. Achso, so kriegt, so kriegt eine Praxis plötzlich gelbe Werbung. Also es ist ja unglaublich. Ja, und dann gibt es das Medi-Center. Ja. Medi-Center gibt es bei 1, 2, 3, 4, 5 Einträge da drin. Okay. Das ist wohl gemerkt im normalen Telefonbuch. Und der A, der A ist ja doch gestanden, die Arzt ist, ne, die Arzt ist. Ja, okay. Das ist die Ärzte. Ja, ja, ja. Deutschland, Zukunft, 24. Guten Abend. Da muss man sich, das muss man sich mal geben. Ich hab gedacht, da hat doch was einer früh am Morgen am Stecker. Nein, das ist ein Mensch. Hier müllert's anders. Im Müller Verlag. Äh, Entschuldigung, Müller Verlag. Nein. Ähm, die Frage ist, ist es jetzt Stand-Up-Comedy oder Stand-Down-Comedy? Nein. Keine Comedy. Keine Comedy. Ja, dann lad doch mal deine Birne anders, Mann. Was? Lade halt mal deine Birne anders. Äh, du meinst, ich soll ein Rezept machen und dann neu starten, neues Begrübssystem einspielen oder was soll ich machen? Hm. Also, unglaublich. Der volle Hammer mit Leerdammer. Wo sind wir? Der Hammer? Äh, der Hammer. Also, wie gesagt, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ja, welches Gefühl hab ich denn? Ich glaube, heute ist ein Tag für Spielcrasino. Aber da war ich schon lange nicht mehr drin. Da lass ich dann andere Leute spielen. Weil die Permanenzen, die Permanenzen der Zufallsmomente, die lass ich anderen bezahlen. Aber es müllert ab und zu anders. Ich wurde nämlich heute Morgen angerufen, deswegen bin ich heute Morgen schon mit der Schokoladenseite am Telefon. Ähm, Winn, kommst du nach Karlsruhe? Sag ich, hä? Lass mich in Ruhe, ich wohne nicht in Karlsruhe, hab ich dann aus Spaß gesagt, ne? Ja, 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 da wohnt nur eine Kuh, ne? Grünwettersbach und so. Da wohnt nämlich in der Nähe ein BGH-Richter, okay? Und Richter und Rechtsempfinden, das zieht mich an, schon seit Jahrzehnten, durch Herrn Richard Stumpf, ehemaliger Landgerechtspräsident Bamberg, und meinem Großvater, die Rechtssuche aus Oberfranken mit Dr. Dr. Kalkbremmer und so weiter und so fort. Aber jetzt gehen wir schon in die vergangenen Analen ein. Und jetzt spreche ich mit einem von der deutschen Börse IT, Ex-IT. Entschuldigung, wenn schon, Ex-IT. Und er sagt, er findet nichts mehr, keine Spedition Burkhardt. Ich verstehe, warum man die vielleicht nicht findet. Weil es zu viele Geschädigte gibt, die ich analysiert und hinterfragt habe. Und es sind noch einige Fragen aus den Speditionshämmern aus Franken noch offen. Und dann sagen immer die Kunden, also die halt Kunde waren, hören Sie mal auf mit der Spedition Burkhardt. Also, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich bei einer anderen Spedition ein bisschen mehr bezahlt. Und ich hätte keine After-Show-Party. Was ich da alles so erfahren habe, auch ich persönlich erfahren habe, das möchten Sie mit Sicherheit erfahren. Damit Sie nicht hineinfallen, was ich erlebt habe. Denn mit einer Milliarde Euro ist es nicht zu vergüten, dieser Schaden, den ich bekommen habe. Weil die Andenken von Michael Jackson sind gestohlen. Der Teppich, der rote, von Michael Jackson ist gestohlen. Oder ist er unterschlagen? Was ist denn eigentlich, ach so, Herr Mr. Ex-IT, Deutsche Börse, Was ist denn der Unterschied zwischen gestohlen und unterschlagen? Gestohlen ist materiell weggenommen und ewig verschwunden. Und unterschlagen ist, wenn man etwas in, nicht geliehen bekommt, sondern, wenn ich etwas bekomme, um es zu bearbeiten, zu reparieren, bla bla bla, und ich kümmere mich nicht mehr darum, weil die Dame nicht mehr anruft oder so, dann habe ich schon das gelassen. Aber weg ist weg, ne? Weg ist weg. Ich hatte selber mal so einen Fall, da hatte ich etwas zu viel zu tun und habe dann aus Versehen einen Computer ein bisschen zu lange rumstehen lassen und die Dame nicht zurückgerufen und dann hat die mich vielleicht selber nicht erreicht. Ich weiß nicht, woran das war. Ja, dann gab es halt eine Sache hier. Und dann habe ich hier halt den Computer schnellstmöglichst repariert und vorbeigebracht. Ach so, das war ein Versehen. Das war so nicht so. Ja, das war so nicht geplant damals. Leute, Gott sei Dank habe ich diese Chips. Das sind mehrere Micro-SD-Chips. Das kann immer mal vorkommen. Und hier sind Beweise gesichert, die jedes Unternehmen an die Wand fahren. Damit haben die nicht gerechnet, die Täter. Dank Hammer und Müller und Panasonic-Chips. Also keine Kartoffel-Chips, sondern Kamera-Chips. Und deswegen bin ich natürlich gefürchtet, wie, wer, das Licht, ist auch gefürchtet. Beim Dieb, ne? Ist das Licht immer gefürchtet. Weil dann wird man gesehen, ne? Es heißt doch immer, da ist einer gefürchtet, wie das Weihwasser. Kennst du den Spruch? Ähm, ja. Sagt mir was, ja. Ich kann da nicht wegschauen. Der volle Hammer mit Leerdammer am frühen Morgen. Und, wie gesagt, ähm, ähm, äh, äh, der am Apparat gerade, äh, Luftlinie 26 Kilometer von mir ist. Oder 27, Entschuldigung. Der ist auch ein gebeutelter Mensch und ist gelingt worden. Und auch der Fall muss aufgeklärt werden. Weil ein Manager aus Mittelfranken gesagt hat, Winn, Herr Morhardt, muss das denn sein? Also, ein namhafter Unternehmer hat das gesagt, ne? Und gefragt. Dann sage ich jetzt, haben Sie die Wahl. 50 Prozent. Schauen Sie weg. Gehen Sie weiter. Dann freut sich der Täter. 50 Prozent. Schauen Sie hin. Dann hilft es dem Opfer. Oder nicht? Oder wie schaut es aus? Wie schaut es aus? Was soll ich? Soll man wegschauen? Soll man hinschauen? Soll man gar nichts kauen, äh, schauen? Was soll man machen? Naja. Wegschauen auf jeden Fall nicht. Deswegen, Herr der Spitz. Hilf dir immer. Also, ich mache jetzt hier so einen, so einen Werbemix. Im Grunde genommen, ist das alles ein Megahammer. Mit Leerdammer oder nicht? Oft schmeckt mir nicht so gut, der Hammer. Weil es ist ein Schock. Ein Schockhammer. Der Leerdammer schmeckt auch besser. Leerdammergespräche. Vollhammer am frühen Morgen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass Sie an den Apparat gegangen sind. Immer mal ein bisschen gute Laune. Und wer weiß, auf welchen Bühnen Mr. X-IT, Deutsche Börse, Frankfurt, Karlsruhe, Nürnberg, wo er halt überall war. Aber er möchte ja nicht so bekannt werden. Genau. Verdeckt lebt es sich ruhiger, ne? Ja, das war's. Ja. Vielen Dank. Natürlich, one move. Darf man nicht vergessen, ne? Mr. Daud Tremé. Denn seine Kontakte über Frankreich haben ja uns zusammengebracht, ne? Mr. X-IT, Deutsche Börse. Und damit hat halt die Spedition Burkhardt nicht gerechnet. Und ich möchte nicht in den Schuhen laufen müssen von Herrn Schlicker oder Schricker oder Schlicker, wie er heißt. Das wird sehr unbequem, ne? Sehr unbequem. Ich bin nicht Alphonse and France. Das wird sehr unbequem. Man hätte sich vorher überlegen müssen, was hier alles mir entwendet worden ist. Gute Nacht. Guten Abend. Vollhammer lehrt einmal gerne kommen, der Tüi.